Die Kunstsammlung Chemnitz ist seit ihrer Gründung 1920 als Museum immer auf die Gegenwartskunst ausgerichtet. Insofern ist es nur folgerichtig, dass wir auch der etwas jüngeren Gegenwartskünstler einen großen Auftritt geben, großen Raum geben. Sie sehen den Raum, das ist der nobelste, der schönste, der beste Raum, den wir im Haus haben. Und das war völlig klar, Stefan Vogel bekommt ihn, wenn er ihn haben will. Und er hat gesagt, okay, ich gucke mal euer Museum an und ich entscheide mit euch zusammen, welche Räume ich reingehe. Und er hat gesagt, diesen Raum kann ich bezwingen, das muss man auch können, so einen großen Raum. Ich kann damit umgehen und er hat ihn bekommen. Insofern ist das nur gut, dass wir auch jüngeren Künstlern wie Stefan Vogel in seiner ersten musealen Ausstellung, muss man auch dazu sagen, seiner ersten musealen Ausstellung auch die Möglichkeit geben, sich voll zu entfalten und ihm auch vertrauen, dass er das kann. Also wir stehen auf dem Holzgrundaufbau, der dann quasi betoniert worden ist. Man hat trotzdem von der Optik her oder vom Foto her, wenn man das jetzt betrachten würde, sofort die Assoziation von Estrichboden, von einem Kellerbetonierten Boden. Aber wenn man drüberläuft und ihn betritt, also live betritt, dann federt er natürlich auch so ganz leicht wegen diesem Holzaufbau. Und das geht so leicht in die Knie und schafft so eine Art Unsicherheit, die sich vielleicht auch generell durch die ganzen Kellerräume durchzieht, so eine Art Unbehagen oder auch Unsicherheit vielleicht auch, was so durch so unterschwellige Sachen, die man vielleicht auch gar nicht erst mal registriert, aber später dann so, wenn du es reflektieren würdest, dass es auch sichtbar wird, wo durch, zum Beispiel ist einer Punkt, wovon, abgesehen von den Notlichtleuchten, der Beleuchtung und der eigentlichen, wirklichen Realistik der Kabel und so weiter, ist ja nichts geschönt. Also manchmal ist es vielleicht bescheuert installiert, aber jedes Kabel hat seinen Sinn und Zweck, ist unter Strom, hat eine Funktion, wir haben Notrauchmelder angeschlossen ans Museumssystem, das ist alles quasi echt in dem Sinne, aber natürlich auch Fake und jeder weiß das sofort. Es ist auf jeden Fall eine Art Fake, das ist klar, das geht da gar nicht, aber auf der anderen Seite ist es dann auch so massiv und so komisch und dann aber auch wieder am Nachgeben, wie beim Boden, dass er so leicht federt, aber es ist auch trotzdem Vollbeton, hier kannst du 15 Zentimeter runtergucken in das Loch und man sieht, es ist Beton und natürlich weiß jeder, wie das sozusagen jetzt so gemacht ist, wenn man mal zwei Sekunden länger denkt, aber trotzdem macht das ja mit einem was, wenn man so durchgeht und man schwebt immer in dieser Realität, Irrealität hin und her. Ich habe Stefan selbst vor knapp zwei Jahren kennengelernt, als wir mit Wiesbaden und Bonn zusammen die Ausstellung gemacht haben, jetzt, Junge Malerei in Deutschland, da hat er im Museum Grunzenhauser ausgestellt mit anderen jungen Malerinnen und Malern und kurz danach bin ich dann aus Lübeck angesprochen worden, von dem Kollegen Oliver Zibock, der die Idee hatte, mit Stefan zusammen eine Ausstellungsreihe zu machen. Das heißt, der Kunstverein Lübeck, wir als Kunstsammlung Chemnitz und dann noch weitere Partner hoffentlich, die zusammen sozusagen eine Ausstellungsreihe machen, in dem Sinne, dass Stefan sich überlegt hatte, er möchte so eine Art Haus bauen. Er hat verschiedene Etagen, die er entwickeln möchte, verschiedene Ebenen, die er entwickeln möchte und in Lübeck war das, glaube ich, der Garten, vor allen Dingen der Gartenbereich. Hier in Chemnitz ist es schwerpunktmäßig eigentlich der Keller gewesen, das heißt, die kleinen Räume sind sozusagen sehr dunkel, sehr eng. Hier haben wir eine Vitrine, die habe ich in der letzten Ausstellung gemacht, weil das so eine Art Ausstellungsreihe ist, das heißt, das ist von der einen Ausstellung zur anderen Ausstellung gewandert und ist zum einen natürlich die Assoziation mit so einem Kellerregal und das ist auch angelegt an so Billigregalen von Ikea mit so Lochreihen an der Seite und eine Archivsituation und spielt immer ein bisschen mit der, wie auch vielleicht die ganze Ausstellung mit Skulptur, Malerei, Zeichnung und was ist jetzt was? Das schwappt immer hin und her und die Bilder oder diese Vitrinen sind ähnlich strukturiert, das heißt, man hat eigentlich immer so ein Bild, dann kommt eine Skulptur und dann kommt da wieder ein Bild und alles für sich selbst genommen ist eigentlich schon etwas, aber das zusammen ist dann eher so ein, ja, ich weiß nicht, skulpturales Tafelbild oder eben, ja, Bild. Hier in den Raum oder in den Keller fungiert es ja wirklich fast schon als Kellerregal. Also man hätte es ja wirklich auch als Metallregal hinstellen können. Schwappt hin und her, finde ich ganz schön. Man ist dann natürlich sehr gespannt, was hier entsteht. Natürlich kannten wir schon das Konzept. Stefan Vogel hat auch hier noch sehr viel verändert und ist sehr eingegangen. Ich finde, dass überhaupt diese wahnsinnige Begabung von ihm ist, auf Räume zu reagieren und aus Räumen was ganz Neues entstehen zu lassen. Und es ist natürlich wirklich das erste Mal so, dass er mit dieser Rauminstallation die Kunstsammlung komplett verändert hat. Da ist ein Raum, eine Tafelbild, ein Papier ist alles ein Raum. Den kann man bespielen, den kann man nutzen, den kann man beschreiben, den kann man füllen mit irgendeinem Content, der dir gerade wichtig ist. Und so macht man es letztendlich auch in den Räumlichkeiten oder in diesen Körpergräumlichkeiten. Und dann hast du halt einen Körper, dann kommt wieder was Kleinteiliges rein. Das ist genauso, wie wenn man auf den Bildträger quasi klein draufschreibt, ich kann nicht mehr. Das ist genau dasselbe wie in dem Raum. Deswegen ist das eine Zwangsläufigkeit und gar keine Auffälligkeit, dass das jetzt vom Kleinen ins Große geht und hin und her schwappt. Das macht es an sich schon. Das macht das, das Werk an sich, oder Werk ist ein schlechter Ausdruck, dieses, 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 was auch immer, Ding, macht es von sich selbst aus. Da stopft man ja alle alten Sachen rein. Und die alten Sachen sind so unterstiert da unten drin und man versucht es dann mal aufzuräumen. Gerade wenn man ein bisschen Zeit hat, dann denkt man, man ordnet dann wieder so. Aber das passiert ja eigentlich alles nicht. Und eigentlich ist es ein Raum, der dunkel, feucht und angenehm ist. Und eigentlich auch ein Raum der Produktion ist. Ja, und das ist so halb begehbar. Das ist begehbar und nicht begehbar. Das haben wir im Nachhinein, weil wir es ausgeräumt haben, da noch eingebettet. Das war nicht so richtig so geplant so. Deswegen ist es halb begehbar. Also es ist natürlich fest in dem Sinne, aber man sollte eigentlich nicht so wirklich drauf rumlaufen, weil die Fernseher so ein bisschen sensibel sind mit den On- und Off-Knöpfen. Wir hatten ein bisschen wenig Platz da unten. Also einen richtigen Schritt und alles ist aus. Also schon als sehr junger Mensch war das für mich immer sehr attraktiv. Also Proberäume, Kellerräume, gerade dieses Alleinsein oder das Schwarzsein oder was auch immer, das ist ja alles auch sehr positiv für mich bis jetzt. Also ja, das Gegenteil. Wie auch in anderen Kulturkreisen, deswegen kommen wir auch wieder zum Grid dazu. Das sind einfach nur Vereinbarungen, die wir getroffen haben, dass wir bei einer Beerdigung halt schwarz tragen. Ja gut, deswegen haben wir das vielleicht auch ein bisschen verbunden mit Trauer. Aber man kann doch nicht sagen, ein schwarzes Bild ist traurig. Das ist ja Quatsch. Es ist ein intimer Raum auf der einen Seite. Natürlich, weil es eine Art Atelier-Situation ist oder eine Produktionsstätte ist. Ich möchte gar nicht sagen, dass es jetzt meins ist oder sowas. Man geht ja als Betrachter neutral durch die Ausstellung und sieht das dann als etwas, was es ist. Es ist ja auch wiederum eine Skulptur, die ist allgemein. Aber natürlich ist es auch der Ort, in dem wir hier beim Ausstellungsaufbau quasi die Zeichnungen gemacht haben, die aufgehangen hat. Also es ist wirklich auch eine Produktionsstätte, die wirklich ganz pragmatisch so eingerichtet ist, dass sie funktioniert als Produktionsstätte. Um auch nochmal klarzumachen, dass der Keller an sich, den du gerade als Ausstellungsraum durchlaufen hast, auch immer eine Produktionsstätte ist für mich. Das ist das Fundament des Hauses unten drunter. Da wird auch keiner eingeladen dazu. Das ist der intimste Ort eines Hauses und das ist auch ein Ausschluss der Öffentlichkeit. Und da wird aber trotzdem sozusagen alles draus geschöpft. Das Museum ist eigentlich als Museum gar nicht mehr erkennbar. Und er schafft sozusagen neue Räume, transformiert die Räume, er transformiert auch das Verhältnis von Künstler, Institution und Publikum. Er bricht es komplett auf. Es geht natürlich auch am Ende ein bisschen um, wer hat eigentlich die Autorität, was zu machen. Und Stefan Vogel sagt von vornherein, ich als Künstler bin die Autorität und ich entscheide mit euch natürlich zusammen. Aber am Ende ist er doch sehr selbstbewusst vorgegangen, hat gesagt, ich entwickle hier ganz neue Räume, ganz neue Erfahrungen. Es sind Künstlerräume und auch für das Publikum wird ein völlig neues Museum entstehen, das überhaupt nichts mehr mit dem klassischen Museum zu tun hat. Und das finde ich schon extrem spannend, dass ein völlig neues Verständnis von Museum, von Kunst hier entwickelt anhand seiner Einbauten. Und das Museum ist ja eigentlich letztendlich auch ein Keller, weil da werden alte Sachen reingesteckt und die kann man dann betrachten. Also die Anschlussausstellung ist, glaube ich, eine blaue Reiterausstellung. Da kommen alte Bilder rein in ein Gebäude oder in ein Raumkomplex, das ja genauso ist, wie wenn ich alte Bilder bei mir in den Keller stecke oder alte Sachen in den Keller stecke. Und die kann man sich dann so angucken. Und dass man das Museum, was eigentlich nicht so wirklich Produktionsstätte ist, umwandelt so ein bisschen in so eine Art prozessualen Aufbau, in eine Produktionsstätte, fand ich sehr schön, dass der eine das übernimmt, der andere nimmt es wieder auf und kehrt es wieder um. Und eigentlich alles ist nur Keller. Was er hier in der Ausstellung eben auch thematisiert, wie er Bilder, also wie die Bilder bei ihm entstehen, wo geht es los, wo endet es, welche Phasen gibt es dazwischen. Das Scheitern gehört für ihn mit dazu. Und auch das versteckt er eben nicht, sondern macht es zum Thema der Ausstellung. Und zeigt uns dann eigentlich hier Werke, die auch gar nicht klassisch gehangen sind. Also wenn wir jetzt mal rein nur die Bilder anschauen, ohne auf die räumliche Umgebung drumherum, dann sind die Bilder teilweise versteckt, die sind nicht klassisch beleuchtet. Also der Fokus liegt eigentlich gar nicht so auf dem Bild an der Wand, sondern eher vielmehr um das Drumherum. Wie entsteht es, wo kommt es her? Die Ausstellung heißt Relax, it's only paranoia. Also auch ein grundlegendes Misstrauen, was er verarbeitet. Also wie komme ich zu dem Werk? Welche Phasen gibt es? Ich finde auch, das erklärt sich selbst. Und ich finde es auch wiederum so ein bisschen zwangsläufig, wie das alles so existiert oder nebeneinander parallel. Diese Ratio oder die dionysische, apollinische Systeme und was auch immer. Das existiert alles nebeneinander. In dem zweiten Raum zum Beispiel ist ein Waschbecken. Es hat keine Armatur, es hat keine Mischbatterie. Du kannst nichts damit machen. Und auf der anderen Seite steht dann oben drüber Kopf und Bauch. Und das ist genau das. Also Ratio und Bauch, das ist Relax und Paranoia. Und du bist aber unfähig, das zu mischen, weil es gibt ja gar keine Batterie. Aber eigentlich wäre gar nicht der Wunsch da, um das richtig schön einzustellen, schön lauwarm durchs Leben gehen. Das ist halt alles toll, die Hoffnung davon. Aber das wird auf jeden Fall nicht so sein. Es ist immer mal zu heiß, dann ist es zu kalt. Und man muss da irgendwie, wie auch wieder mit so einem Raster und mit solchen Vereinbarungen halt durchs Leben schreiten. Und so tut es ja auch fast jeder oder eigentlich alle. Wollte ich jetzt mal sagen. Und das ist ähnlich wie mit der Sprache auch. Also Sprache ist immer im Kopf da. Also ich glaube, das ist bei jedem so. Also es ist ja immer Sprache im Kopf da. Und jetzt musst du irgendwas machen. Zum Beispiel bleiben wir bei der Kunst, dann musst du es malen. Aber Sprache ist auch immer da. Also warum nicht dann auch draufschreiben, dass du gerade ein Problem links oben hast. Was ist denn links oben? Und das kannst du dann quasi metaphorisieren. Und dann ist das ja quasi schon zwangsläufig da. Und dann spielt natürlich der Körper, der das dann hoch hinschreibt, mit was auch immer. Oder halt ein Zeichen dafür setzt oder sowas. Ist ja immer diese Parallelität da. Das Denken findet ja in deinem Körper statt. Das ist immer parallel da und beides ist immer da. Der Körper ist immer da. Und der Verfall des Körpers ist immer da. Genauso wie das Wuchern der Sprache ist immer da. Und deswegen schreibt man das eigentlich nur auf. Oder agiert quasi als Körper. Und steht ja auch auf. Dann kommt man in den weiteren Raum, der geprägt ist von einer großen Installation, dem Gewächshaus, was in der Mitte des Raumes steht. Also wo dann mehr Licht quasi, also das Gedeihen der Arbeit, das Gedeihen der Ideen im Fokus steht. Dahinter eine wunderschöne mehrteilige Arbeit mit Gefäßen, mit Materialien, mit Dreck. Also auch wieder Materialien, die man wie gesagt nicht in der Malerei vermutet. Und er schließt eben auch nichts aus. Also generell ist es Zeichnung. Die Installation kam ja fast nicht übersehen. Beziehungsweise das ist ja das verbindende Glied. Du hast hier die Zeichnung, hast hier die Sprache, die Skulptur. Die kommt immer wieder hier vor. Also du hast hier auch Ranghilfen drin. Zum Beispiel im mittleren Teil als Heizkörper. Das ist ja auch eine Ranghilfe für Wärme. Wir haben den Radiator hier als Begleitprogramm gemacht, gegen kalt. Du hast hier dann hinten eine ziemlich konkrete Sprache. Also das sind wirklich Sätze, die ziemlich schwer zu lesen sind, aber man kann sie lesen. Und das ist quasi aus einer Situation, die gegeben ist. Zum Beispiel eine Trennung oder sowas. Und das ist die eine Sichtweise und die andere Sichtweise. Und die reden um dasselbe Objekt. Und beide haben nicht recht und beide haben recht zur gleichen Zeit. Also du wolltest doch den Hund. Der Scheißköter kann mir gestohlen bleiben. Herr, aber Kunst da. Also die Wahrheit liegt auf jeden Fall irgendwo dazwischen oder ganz woanders. Aber beide sind richtig auch. Man kann auch immer Positionen gegenüber den beiden Positionen beziehen, weil das ist auch richtig. Dann hat man hier Wäscheständer, ein neun Stück an der Zahl, die eine Art Diskussion oder Dialog darstellen. Das ist auch eine prozessuale Geschichte. Also auch wieder diese Zweierpositionen, wie bei dem Bild mit den einen Sicht und der anderen Sichtweise. Das ist hier quasi ein Abend, in dem man sich jemanden einlädt und als Diskussionsgrundlage einen Tisch hat. Und da wird das Foto aufgetackert. Jeder kriegt ein Rotweinglas und kann sich erstmal positionieren. Also kann sein Rotwein auf die Unterwäsche stellen, einer auf den Strumpf. Und dann muss man sich fragen, warum das so ist. Und dann kommt die Diskussion zustande und dann kannst du eigentlich jede Sache, die gerade jemanden beschäftigt oder beide beschäftigen, im besten Fall sozusagen als Grundlage nehmen und damit abstrakt quasi diskutieren und auf eine Art Konklusion kommen. Das ist dann letztendlich auch wie Wäsche aufhängen und diesen Trocknungsprozess beiwohnen, indem man sich benässt. Und von daher ist das auch eine Art von Zeichnung oder so ein Erklärungsmodell für etwas, die eigentlich auch wiederum als Gewuchshilfe dient. Also ein Wäscheständer ist für mich genauso wie ein Gewächshaus. Und man landet dann in diesem großen Raum, wo man dann die Werke sieht, aber auch nicht sieht. Also teilweise sind sie eben überdeckt. Also sie werden nicht klassisch präsentiert. Es ist nicht so, dass es jetzt eine fertige Situation ist. Auch das ist im Prozess. Also das Spannende an seiner Arbeit ist wirklich, dass er diesen Prozess zum Thema macht. Ja, Malerei, ne? Fragen? Ich habe noch nie in einem Raum nur Leinwände gezeigt oder nur gleichformatige Behauptungen des Tafelbildes an sich. Das ist mir total fremd. Ich glaube ja gar nicht an dieses Einzelbild oder so. Deswegen könnte ich die auch nie einzeln irgendwo aufhängen. Ich sage das nicht, aber es ist überhaupt nicht mein Gefühl, damit umzugehen. Oder es ist ja gar nicht mein Aim oder so, das als Einzelbild zu präsentieren, als Behauptung, dass das Bild das aussagt, was es aussagt. Es geht ja immer um eine Kontextualisierung oder eine Art von Zusammen ergeben sich etwas. Oder so Bezüge, Raumstrukturen. Deswegen wollte ich hier einen Raum machen, der komplett Malerei ist und am besten Fall die alten Bilder oder älteren Bilder mit der Installation zusammenweben, dass es wieder ein neues Bild gibt. Also wenn du als Mensch auf den Bildausschnitt guckst, guckst du ja auch um die, das Drumherum ist halt auch Teil des Bildes. Und das hat die eigentlich gemacht wie die Bilder selbst. Die haben zwar den Rahmen und sind begrenzt, aber auf der anderen Seite sind die ja nicht begrenzt. Also da hast du dann, den Ausschnitt ist dann viel größer und es wird wieder eine ganz neue Collage. Und das wieder weitergedacht als Raum, das heißt der ganze Raum wird wieder eine Collage. Das Ende der Dramaturgie, würde ich sagen, ist der Raum, in dem wir uns hier befinden, wo man wirklich komplett aufatmen kann durch eine ganz neue Lichtsituation. Durch diese Vorhänge, natürlich erinnert sich das auch an eine Theaterinszenierung, aber diese Stoffbahnen, die jetzt in Gips getaucht sind und auch so eine ganz eigene Materialität haben, die bewegen sich wie so eine Art Passepartout auch um die Bilder herum. Und das Passepartout, was ja normalerweise in der Kunst ganz ordentlich sich befindet hinter einer Arbeit, verdeckt hier. Also nimmt sich hier auch die Freiheit, was zu bedecken und man weiß eigentlich nicht, was verbirgt sich dahinter. Das wichtigste Bild, vielleicht sogar der Ausschnitt, vielleicht sogar hier der Boden, was ist das größte Bild, was hier ist. Und es ist absolut eine Malerei und ich bin sehr glücklich darüber, wie das geworden ist, weil es ist einfach nur eine Malerei, mehr nicht. Also es ist kein Boden, es ist keine Installation oder sowas, es ist eine Malerei. Als ich das erste Mal hier den Fußboden betreten habe oder das Bild betreten habe, gibt es dann so ein Geräusch, wo man meint, man läuft auf dünnem Eis. Und jeder kennt das ja, dieses Gefühl, eine Eisfläche zu betreten und dieses Geräusch zu hören und zu denken, oh, was ist jetzt hier los? Ist das brüchig? Du musst jetzt eigentlich gleich wieder runter. Also es ist jetzt nicht nur diese Materialität, die sich natürlich hier auch wiederholt. Er benutzt ja einfach vom Teebeutel bis Tinkturen, Öle, alles wird hier eingewebt sozusagen, um diese Struktur zu erreichen. Also auch wenn wir hier auf den Boden schauen, ich habe schon gesagt, es ist dreckig, es ist schmutzig, der verändert sich. Also auch durch die Besucher verändert sich ja auch die Ausstellung. Also es ist alles fragil. Es erarbeitet zwar viel mit Materialien, die eigentlich aus dem Baubereich kommen, Beton, Gips, Holz, Metallstangen, aber es ist dennoch ein fragiles Gefühl, was man hier bekommt. Das ist vielleicht auch noch was, was mich sehr fasziniert hat, wie diese verwendeten Materialien, also Stoffe des Bauens, Beton, Ton, Silikon und also alles, was man eigentlich auch mit Hausbau verbindet, dass das so eine Intimität ausstrahlen kann. Also das war für mich noch eine ganz große Überraschung. Also als ich in diesen fertigen Raum dann getreten bin, wo dann doch so viel mit so Derben, eigentlich Derben, die man vom Bau kennt, also Derben-Materialien, Baumaterialien und dass das eine so große Sensibilität ausstrahlt. Und da ist so eine richtige, ich habe immer gesagt, das ist so eine wuchtige Emotionalität, die ich hier empfinde. Und das finde ich einfach wunderbar. Das ist eine kleine Verschränkung, also in dem Keller sind eh ziemlich viele Kühlschränke, wenn man zwar so oder kühlschrankbezogene Arbeiten und auch der Kühlschrank an sich kommt als Foto zweimal vor oder dreimal sogar im abgetauten Zustand, im brennenden Zustand, im gelöschten Zustand. Ich fand das ganz schön als Konklusion, weil der ganze Raum ist so eine Art Konklusion. Ich finde, das ist eine Art von Hoffnungsversöhnungsraum am Ende mit dem Anfang gedacht. Also man geht durch, man kommt hier raus und es ist eher so eine Art, hier kann man wieder aufatmen, hier sieht man wieder was, man kann hier sehr lange stehen und sich unterhalten, auch über das, was später war. Und der Kühlschrank ist eigentlich auch im Grunde auch eine Art Keller an Auflagerung, Lagerstätte. Da legt man Sachen rein, die sollen länger halten, die sollen länger haltbar werden. Und das ist auch so ein bisschen so eine Kühlschrank-Situation. Das finde ich ganz schön am Ende, dass man darüber nachdenken könnte oder das so einen kleinen Hint gibt, dass es eigentlich in dem Kleinen wieder das Große ist oder der kleine Kühlschrank eigentlich schon wieder die ganze Skulptur, den ganzen Raumkörper des Kellers quasi beinhaltet, wenn man es so sieht. Also Paranoia sagt das ja, glaube ich, schon aus. Also wie gesagt, das Misstrauen gegenüber etwas, aber Stefan sagt ja auch ganz klar relax. Also wir sind in so einem Widerspruch zwischen Misstrauen und aber auch das Positive sehen. Also wie werden wir, ich meine, das Schlimmste ist eigentlich, wie wir dann noch hier rausgehen mit Destroy our human life. Also das ist dann so das Ende, wie der Besucher dann hier entlassen wird. Aber genau diese Widersprüchlichkeit ist, glaube ich, auch das Spannende in seinen Werken. Und klar gibt es gewisse Traditionen in der deutschen Kunstgeschichte, wo er zu verorten ist. Also wenn wir an seinen Kiefer, Josef Beuys und so weiter denken. Also dieses Febel für Materialien und für auch Vergänglichkeit, dann kommt er da schon her. Aber er macht natürlich in seinen Werken eigentlich etwas völlig anderes, indem er eben wirklich auf den Prozess und auf den, also diese Ausstellung lebt einfach. Die lebt, die lebt, verändert sich. Der Besucher verändert sich in dieser Ausstellung, was er erlebt. Und ich glaube, das ist so die, die Krux. Und ich glaube, das ist so die, die Krux.